Hallo und wieder Herzlich Willkommen zu den Game News präsentiert von Gamehouse-Check.de Die Themen, deutscher Computer-Spielpreis, Steam, GTA 5, Star Wars, Battlefront, Kestor, ein neues Spiel von Assassin's Creed Erfinder, Mass Effect 4, Mad Max als erstes Gameplay, Bojack Cast 2 bestätigt und die Xbox-Geschäftszahlen sind sehr, sehr gesunken. Das sind die Themen für die News und es geht los! Ja, deutscher Computer-Spielpreis 2015 sind jetzt die Gewinner bekannt gegeben worden. Ich werde dir jetzt nicht alle vorlesen, ich werde nur ein paar vorlesen, wie zum Beispiel für das beste deutsche Spiel ist Lords of the Fallen, dann Publikumspreis Dark Souls 2, was haben wir noch? Bestes Game Design ist The Last Tinker City of Colors, sehr cooles Spiel, dann beste Inszenierung auch Lords of the Fallen und jo, was haben wir noch? Bestes internationales Multiplayer-Spiel ist Hearthstone oder Hearthstone. Ja, alles weitere könnt ihr dann im Beitrag lesen. Hearthstone! Heroes of Warcraft! So, Steam, Accounts mit geringeren Ausgaben werden beschränkt. Man kennt das ja auch von Steam, dass wenn man nichts gekauft hat, kann man ja nichts machen. Jetzt haben sie es nochmal ein bisschen höher geschraubt, jetzt ist die auf 5 US Dollar beschränkt. Also man muss für 5 US Dollar was gekauft haben, um überhaupt irgendwas machen zu können. Man kann sonst nichts machen, man kann keine Freundschaftsanfragen versenden, keine Gruppenchats eröffnen, keine Abstimmungen bei Greenlight, den Steam Reviews und den Workshop Items vornehmen. Nicht auf dem Steam Markt agieren, nicht regelmäßig an Steam Diskussionen teilnehmen, keine Profillevel und keine Trading Cards sammeln. Keine Inhalte in den Steam Workshop hochladen, nicht auf die Steam Web API zugreifen und weder den Browser noch den Mobile Chat benutzen. Ja, das heißt, ihr müsst mindestens was für 5 Euro gekauft haben. Wenn es einem ja so geht, wie es mir damals ging. Man wollte halt irgendwie chatten mit den Leuten, die halt Steam haben, weil die halt nichts anderes hatten. Dann hast du halt ein Problem, du musst dir was kaufen für 5 Euro, irgendwas, scheißegal. Aber Steam hat das halt gemacht aus dem Grund, weil halt viele so Fake-Accounts gemacht haben und von wegen irgendwelchen Spam-Mails verschickt haben und jetzt haben sie dann natürlich so ein Problem, diese Leute. Oder diese Bots, die da angieren. Aber, na gut. GTA 5, PC-Patch 1.02, ähm, 335.1. Und zwar ist der Pitch jetzt raus, ja gut, der ist schon eine Woche alt oder so. Und, ähm, was etwas anderes ist, das hat eine, nicht nur normale, äh, Versionsnummer, wie man das so kennt von GTA, also von Rockstar, so 1.0, 1.1, 1.2, sondern, sondern halt eine sogenannte Webug-Version hinten mit dran, 335.1. Und was das behebt, das ist so einiges. Ähm, Player can no longer purchase more vehicles, denn der... Okay, du kannst jetzt keine Fahrzeuge mehr kaufen, wenn deine Garage voll ist. Ist logisch, ja, ist logisch. Bei den Konsolen ist jetzt schon eine ganze Weile. Äh, ja, finde ich, finde ich cool, dass ihr das machen. Ist nur unter anderem den kompletten, die kompletten Patch-Notes, die könnt ihr unten, äh, das ist verlinkt und könnt ihr nachlesen. Ähm, dann haben sie ein Problem mit dem Media Player behoben. Ähm, das haben sie jetzt, äh, mit dem Windows, äh, ich schieße mich tot. Irgendwas von Windows, keine Ahnung. Ähm, dann ein Problem, das mit der, mit dem Charakter-Transfer von, äh, PS3, beziehungsweise Xbox 360 passierte. Das funktioniert jetzt wieder einmal frei, wie das soll. Und alles weitere, wie gesagt, in den Patch-Notes. Star Wars Battlefront, geringerer Zerstörungsgrad als in Battlefield. Ich, irgendwo ist es logisch, aber irgendwo, hm, naja, man weiß es nicht. Momentan noch heiß diskutiert, dieses Battlefront-Thema. Aber der General Manager Patrick Bach, oder Patrick Bach, des zuständigen Entwicklerstudios DICE, äh, hat gesagt, dass ein zu hoher Zerstörungsgrad nicht zur Marke Star Wars passen würde. Und daher haben sie da auch dementsprechend den Zerstörungsgrad nicht so hoch angesetzt, wie das eben bei Battlefield 3 oder Battlefield 4 oder Battlefield Hardline der Fall ist. Ja, er hat gesagt, ich zitiere, wir werden also keine exzessive Zerstörung als Feature einbauen, nur weil wir es könnten. Wir sind mal gespannt. Wir sind mal gespannt. Aber wo wir gerade, gerade bei Battlefront sind, machen wir bei Battlefront direkt weiter. Und das ist eine nicht so tolle Nachricht. Das ging ja um diesen Gameplay-Trailer, der da letzte Woche kam, wo es ja hieß, oh, Gameplay-Szenen. Ja, ja, Pustekuchen, ja. Und zwar, Star Wars Battlefront-Trailer zeigte keine Gameplay-Szenen. So sieht's nämlich aus. Und zwar haben die Entwickler von DICE nämlich jetzt bestätigt, dass es eben keine Gameplay-Szenen sind, sondern einfach nur hoch gerenderte Zwischensequenzen gewesen sind und mehr nicht. Ja, weil er sagt, das Spiel wurde noch nicht einmal veröffentlicht. Ich kann hier also keine endgültigen Garantien geben. Wir sind mit der Entwicklung noch nicht fertig. Aber so sieht's derzeit eben aus, auch auf der Playstation 4. Ja, das hat gesagt. So. Aber ich glaub trotzdem nicht, dass das wirklich so gut ist. EA hat mich bis jetzt die letzten Jahre nur enttäuscht. Aber wir lassen uns überraschen. Jetzt wird's nämlich interessant. As Guest Wars The Humankind Odyssey. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Inwieweit ist das ein neues Spiel vom Assassin's Creed Erfinder. Und der schimpft sich Patrick Desilets oder so ähnlich. Jetzt hat er im Rahmen einer Präsentation auf der Entwicklerkonferenz Reboot Developed 2015 in Dubrovnik. Ein, sein neues Projekt offiziell angekündigt. Und das heißt, wie ich schon eben gesagt. As Genders The Humankind Odyssey. Und ist ein, ich zitiere. Ebische Surf-Purfen-Action-Adventure mit Survival-Elementen. Klingt erstmal irgendwie so. Boah. Geil. Geil. Survival-Action-Adventure. Und hast du nicht so. Last of Us 2.0. Ähm. Soll ich jedenfalls die größten Momente der Menschheitsgeschichte nacherleben. Puh. In dem Spiel. Puh. Es gibt schon einen kleinen Teaser-Twitter, der sagt, der sagt aber nichts. Man sieht ein paar Beispiele, das seht ihr jetzt im Hintergrund. Ähm. Aber in dem Spiel geht es halt wie zum Beispiel um die Mondlandung und, äh, dann den ersten Flug, äh, äh, das Ende des römischen Imperiums und solche Sachen halt. Also. Puh. Ich kann mir darunter gerade überhaupt nichts vorstellen. Aber wir lassen uns mal überraschen. Mass Effect 4. Zum fetten Info liegt, zur Story, Features und zum Gameplay. Ich werde das jetzt hier mit Absicht nicht vorlesen. Ich werde nur die Überschriften vorlesen. Wenn ihr das lesen wollt, dann klickt ihr unten auf den Link in der Videobeschreibung. Weil, hier ist viel, viel Spoiler drin, ne. Wenn das wirklich alles stimmen sollte. Es ist nur ein Leak von, von irgendeinem User auf Reddit. Ähm. Ähm. Jedenfalls. Es gibt wieder Ressourcen und Crafting. Es gibt wieder eine Crew. Wie viel, werde ich nicht verraten. Es gibt das sogenannte, sogenannten K1-Teams. KI-Teams. So. KI-Teams als Kolonial... Kolon... Kolonialen Schutz. Weights. Dann gibt es natürlich wieder Multiplayer-Inhalte. Kolonien. Gründung. Dann gibt es Weights. Mal wieder. Ähm. Dann gibt es noch weitere Details, die ich natürlich jetzt hier nicht vorlese. Es gibt irgendwie Trophäen und Dekorationen. Kann man irgendwie kaufen und ein bisschen rotz. Also ich werde es hier nicht vorlesen. Es ist, es ist viel. Und wenn ihr es lesen wollt, dann wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Ja und dann. Mad Max. Das erste Gameplay ist jetzt da. Alter, ist das Ding geil. Also es ändert so ein bisschen so, so... Ich weiß nicht. Das ist halt so ein typisches Action-Adventure. Nur halt mit dem Auto. Du kannst dein Auto aufpimpen und keine Ahnung, was da alles ranbauen. Es ist halt wirklich ein Action-Adventure, ja. Also es erinnert irgendwie so... So Uncharted, Tomb Raider, Last of Us-mäßig. Also so ein Action-Adventure halt, ja. Weil so... Oh, da fliegt alles in die Luft. Und... Und dem haue ich aufs Maul. Und den ballere ich um. Und... Also... Ich finde den richtig fett, den Trailer. Und... Zieht euch mal rein. Er läuft hier im Hintergrund so ein bisschen mit. Aber... Wenn ihr ihn komplett ansehen wollt, dann wie gesagt, wieder links. Link unten in der Videobeschreibung. Mal wieder. Claim the life they stole. You will survive. Because you... Are Max. Jetzt wird's krass und irgendwie dreist. Project Cars ist ja jetzt in aller Munde, ja. Kommt ja jetzt auch demnächst. Und jetzt ist schon Teil 2 bestätigt. Ja, Teil 1 ist noch nicht mal auf dem Markt. Teil 2 ist jetzt schon bestätigt worden. Von dem jeweiligen Entwicklerstudio Slidy Med Studios. Genau. Und zwar um genauer zu sein. Von Ian Bell. Hatte das, äh... Hatte das, äh... In einem Interview mit, äh... WMD. Das ist ein... Das ist ein Forum. Äh... Da hat er sich mit ihm auseinandergesetzt. Und da hat er halt verraten, dass die halt jetzt schon so viel in der... Zeit haben. Äh... Dass sie schon jetzt an Project Cars 2 arbeiten. Also... Es tut mir leid, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Warum soll ich mir jetzt den ersten holen, wenn ich doch weiß? Och, der zweite ist ja eh schon in der Mache. Da brauchen wir ihn erst nicht zu holen. Ist ja Käse. Also... Sorry, das ist... Das ist ungefähr so wie bei Call of Duty. Ja? So. Du weißt ganz genau, okay, da kommt jetzt ein neues Call of Duty. Da kommt nächstes Jahr sowieso wieder ein neues. Du weißt ja schon von vornherein. Ja? Oder Assassin's Creed, FIFA... Pfff... Pro-Avolution-Soccer. Hast du nicht gesehen. Ja? Also... Es tut mir leid. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Warum die da jetzt direkt schon den zweiten bestätigen. Obwohl der erste noch nicht mal fertig ist. Geschweige denn im Laden. Also... Sorry, liebes Slidy Mad Studios. Aber das ist die falsche Herangehensweise. Ihr könnt es frühestens... frühestens... ankündigen. Ja? Wenn sich das Spiel so gut verkauft hat. Ja? Dass man das auch wirklich ankündigen kann im nächsten Teil. Ja? Also... Sprich, äh... Sag ich mal, der zweite Teil kommt jetzt in zwei Jahren oder so. Dann kannst du es ankündigen. Aber doch nicht jetzt schon. Also... Ne. Sorry. Also... Na egal. X-Box... Die Verkaufszahlen bzw. Geschäftszahlen sind jetzt bekannt gegeben worden. Und die sind glatte 20% weniger. Und zwar hat Microsoft im Januar, Februar, März satte... äh... Wo steht es? 1,6 Millionen Geräte abgesetzt. Abgesetzt. Nicht verkauft. Abgesetzt. Ähm... Im dritten Geschäftsquartal 2015 waren es noch 2 Millionen. Also... Ich... Das geht jetzt hier Xbox 360 und Xbox One. Nur die Konsolen. Nix anderes. Keine Hardware oder sonst was. Nur die reine Konsole. Also sprich, das Bundle. Konsole. Controller. Bumm. Äh... Ja. Das schon irgendwie hart für Xbox, muss ich schon mal sagen. Aber... Ja. So ist das halt mit der Xbox. Die PS4 ist jetzt nun mal da. Und die PS4, die hat nun mal einen Massen-Megastart hingelegt. Und... Ja. Die verkauft sich auch besser. Man sieht es ja. Ich glaube mittlerweile 20 Millionen oder so. Ich weiß es gar nicht. Es ist jedenfalls ein ganzer Arsch wohl. Aber... Nene gut. So, das waren die News. Und... Ja. Über was haben wir geredet? Über den deutschen Computerspielpreis. Wer oder was denn gewonnen hat. Über Steam. Über diese... Ja. Geringen. Geringeren Ausgaben. Accounts nenne ich sie mal. Dann der GTA 5 PC Patch. Was sich alles verändert hat. Star Wars Battlefront. Ja. Das sind sehr kontroverse Sachen da. Dann die Sache mit dem Assassin's Creed Erfinder. Mit seinem neuen Spiel. Nenne ich es mal. Würde ich mir das vorstellen. Kennen wir uns ja jetzt noch nicht wirklich. Dann Mass Effect 4. 4. 4. Genau. Mass Effect 4. Dieser fette Infoleak. Den ich natürlich nicht vorlesen konnte. weil ich euch nicht spoilern will. Und mich selber auch nicht. Dann Mad Max. Natürlich. Der fette... Fette Gameplay Trailer. Krasses Ding. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Dann das Potecast 2. Schon bestätigt wurde. Wo ich mich immer noch aufrege. Und natürlich die Xbox. Verkaufszahlen. Dass die extrem gesunken sind. Um 20 Prozent. Und... Naja. Was witzig macht. Dann war's das. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bei den Game News. In diesem Sinne. Tschüss. Und hoff da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.